Hey, du bist doch Sherman Schrader. Ja, heute Ambrose. Ja, klar, ich weiß, ja, du bist der Vorsitzende dieser Studentenverbindung hier. So ist es. Richtig, du gehst mit Monica Morland. Ganz genau. Richtig, die stelle ich mir immer vor, wenn ich mir einen runterhole. Was? Was? Das gibt's ja nicht. Das ist mir einfach so rausgerutscht.